Erinnert ihr euch noch, was Papa immer zu uns gesagt hat? Geht niemals in McGrathers Garten. Und er hat auch immer gesagt, keiner ist schlauer als ein Fuchs, also trickst ihn mit seiner eigenen Schlauheit aus. In London wird Ungeziefer gejagt und ausgerottet. Schnapp! Was passiert hier? Und das ist erst der Anfang. Haasen, lauf! Es wird Zeit, dass wir uns unseren Garten zurückholen. Benjamin? Lauf weg! Hasen sind perfekte Geschöpfe. Sie werden dir ans Herz wachsen. Das war der Klassiker. Es ging blablabla. Wo ist es? Und ihrlementat呀-